Hallo ihr Lieben, ich grüße euch. Ich habe heute schon mal wieder eine wunderschöne Weihnachtsdecke mitgebracht mit kleinen Weihnachtsbäumchen und ich finde, die ist richtig bezaubernd geworden. Ich habe das mit dünnem Häkelgarn gehekelt, welches ich verwendet habe, findet ihr ja wie immer unter dem Video in der Beschreibung, in der Infobox. Jetzt wollen wir mal gucken, wie groß der Durchmesser geworden ist. Schauen wir mal. So, da haben wir einen Durchmesser, hier, so, von, nach dem Spann von circa 53, 54 Zentimeter circa, ja. Ja, okay, da wisst ihr schon mal, wie groß, aber wie gesagt, ist auch mit dünnem Garn gehekelt. Ich habe Nadelgröße 1,5 verwendet, da wisst ihr schon, es ist ein relativ dünnes Garn, ja. Geht zwar noch dünner, aber ihr wisst schon, im Vergleich zu sonst, was ich nehme zum Häkeln, ist das schon sehr dünn. Okay, ihr Lieben, ja, besucht mich gerne auf Facebook, auf Instagram, wenn ihr mögt. Lasst mir natürlich gerne ein Like da, wenn euch das Video gefallen hat, damit helft er mir richtig, richtig gut. Und ansonsten, ja, wünsche ich euch ganz viel Spaß, jetzt beim Nachriegel. Ich zeige euch natürlich wieder Runde für Runde und hoffe, dass es auch alles in ein Video passt. Es sind ein paar Runden mehr als gewöhnlich. Sollte es zu knapp werden, dass es in ein Video passt, dann verzeiht mir, wenn ich es auf zwei Videos mache, ja. Aber schauen wir erst mal, wir fangen jetzt erst mal an und sage, viel Spaß, meine Lieben. So, meine Lieben, dann fangen wir mal an mit dem wunderschönen Deckchen. Und zwar brauchen wir am Anfang zehn Luftmaschen. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun und zehn. Dann schließen wir den Ring, indem wir hier vorne die erste Masche ohne Umschlag einstechen, Faden holen und eine Kettmasche hegeln. So, und dann haben wir den Anfang des Deckchens geschafft. Kommen wir zur Runde eins. So, die Runde eins. Ich lege euch das immer hier oben hin, die Runden, damit ihr immer seht, welche Runde wir gerade hegeln. Okay, ihr Lieben, wir machen eine Steigeluftmasche, einen Umschlag. Umschlag, wir gehen in den Ring, in den Ring mit Umschlag, Faden holen. Wir haben drei Schlaufen auf der Nadel und wir hegeln die drei Schlaufen mit einmal ab. Das heißt, wir machen halbe Stäbchen. Dann wieder Umschlag in den Ring und ein weiteres halbes Stäbchen. So, wir hegeln jetzt in den Ring insgesamt 20 halbe Stäbchen. So, zwei haben wir. Dann kommt das dritte. Vierte. Und die zwanzigste. So, dann schließen wir hier auch wieder die Runde ab, indem wir in die erste Masche, also hier in die Halten, das erste halbe Stäbchen einstechen. Einstechen, gucken, dass ihr auch im halben Stäbchen seid, nicht in der Luftmasche. Hier ist das erste halbe Stäbchen und Kettmasche hegeln. So, da haben wir die erste Runde geschafft. Wir kommen zur Runde zwei. So, die Runde zwei beginnt mit vier Luftmaschen. Das ist Ersatz für das erste Dreifachstäbchen. Dreifachstäbchen. Das heißt, wir machen jetzt eins, zwei, drei Umschläge. Und wir gehen nochmal in dieselbe Masche vom Anfang. Hier in dieselbe Masche vom Anfang. Faden holen. Ihr hegelt die ersten beiden Schlaufen ab. Holt euch den Faden, hegelt die nächsten beiden Schlaufen ab. Und holt euch den Faden und hegelt wieder die nächsten beiden ab. Ihr habt jetzt noch zwei Schlaufen auf der Nadel. Die lasst ihr drauf. Und wieder eins, zwei, drei Umschläge. Selbe Masche. Und wieder Faden holen. Und die ersten beiden Schlaufen abhegeln. Die nächsten beiden Schlaufen. Und nochmal die nächsten beiden Schlaufen abhegeln. Ihr habt jetzt hier drei Schlaufen auf der Nadel. Jetzt nehmt ihr den Faden und zieht durch alle drei Schlaufen durch. Wir haben also jetzt hier drei Dreifachstäbchen zusammen gehäkelt. Jetzt macht ihr hier fünf Luftmaschen. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Und wieder eins, zwei, drei Umschläge. Ihr lasst hier unten eine Masche frei. Also eine freilassen. Und geht in die übernächste. Stecht ein mit drei Umschlägen. Und hegelt wieder die ersten beiden Schlaufen ab. Die nächsten beiden Schlaufen. Und nochmal die nächsten beiden Schlaufen. Bis ihr nur noch zwei auf der Nadel habt. Die lasst ihr drauf. Dann wieder eins, zwei, drei Umschläge. In dieselbe Masche stechen. Faden holen. Und wieder die ersten beiden. Die nächsten beiden. Und nochmal die nächsten beiden Schlaufen abhegeln. Bis ihr insgesamt noch drei Schlaufen auf der Nadel habt. Und dann wieder eins, zwei, drei Umschläge. Und ihr geht wieder in dieselbe Masche. Und hegelt nochmal die ersten beiden Schlaufen ab. Die nächsten beiden Schlaufen. Und nochmal die nächsten beiden Schlaufen abhegeln. Ihr habt vier Schlaufen auf der Nadel. Und die hegelt ihr jetzt mit einmal ab. Und dann wieder eins, zwei, drei, vier, fünf Luftmaschen. Drei Umschläge. Eine Masche freilassen. In die übernächste einstechen. Und wieder drei Dreifachstäbchen hegeln. Eins, zwei, drei. In dieselbe Masche. Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei. In dieselbe Masche. Und wieder die zweier Schlaufen abhegeln. Zum Schluss vier Schlaufen auf der Nadel. Und alle mit einmal abhegeln. Und dann fünf Luftmaschen. So, und dann sind wir beim letzten. Wieder drei Umschläge. Eins, zwei, drei. Wir lassen wieder eins frei. Gehen ins nächste. Und hegeln unsere drei Dreifachstäbchen. Wieder zusammen. So, und so. Und zum Schluss nochmal fünf Luftmaschen. Und wir beenden die Runde zwei. Oberhalb unseres ersten zusammengehegelten Set. So, und dann machen wir eine Kettmasche. Und dann haben wir die Runde zwei geschafft. So. Kommen wir zur Runde drei. So, die Runde drei. Dafür müssen wir hier in die dritte Luftmasche von unseren fünf Luftmaschen switchen. Also gehen wir hier mal in die erste und machen eine Kettmasche. Gehen in die zweite. Machen eine, ups, machen eine Kettmasche. Und gehen in die dritte Luftmasche. Und auch da eine Kettmasche. So, dann sind wir erstmal da, wo wir hin müssen. Jetzt macht ihr für die Runde drei hier, ja, drei Luftmaschen. Das ist Ersatz für das erste Stäbchen. Ihr macht einen Umschlag. Und ihr geht nochmal in die dritte Luftmasche. Und hegelt hier weitere vier Stäbchen. Also eins, Umschlag, wieder in die dritte Luftmasche. Quasi das dritte Stäbchen schon, weil wir haben ja ein Ersatzstäbchen vorne. Wieder in die dritte Luftmasche. Ein viertes. Und ein fünftes Stäbchen. In die dritte Luftmasche. So. So sieht es aktuell aus. Jetzt macht ihr drei Luftmaschen. Ein Umschlag. Jetzt geht ihr hier rüber zum nächsten fünf, äh, zu den nächsten fünf Luftmaschen. Da geht ihr auch wieder in die dritte mit Umschlag. Also eins, nochmal genau gucken. So, genau hier. Eins, zwei und hier ist die dritte. Da geht ihr rein mit Umschlag. Und da häkelt ihr auch fünf Stäbchen. Eins, wieder einstechen in die dritte Luftmasche. Zwei. Das dritte Stäbchen. Das vierte Stäbchen. Und das fünfte Stäbchen. Und dann wieder drei Luftmaschen. Und dann wieder fünf Stäbchen in die dritte Luftmasche unserer Fünfer Luftmaschenkette hier. Also wieder fünf Stäbchen in die dritte Luftmasche. Eins, zwei, drei und fünf Stäbchen häkeln. Und dann wieder fünf Stäbchen in die dritte Luftmasche. So, dann nochmal drei Luftmaschen. Am Ende der Reihe. Und wir enden in der dritten Luftmasche unseres Ersatzstäbchens mit einer Kettmasche. So, dann haben wir die Runde drei geschafft. Kommen wir zur Runde vier. So, die Runde vier beginnt auch wieder mit drei Luftmaschen als Ersatz für das erste Stäbchen. Wir machen einen Umschlag und häkeln in dem ersten Stäbchen noch ein zweites Stäbchen. Dann kommen in die kommenden drei Stäbchen jeweils ein Stäbchen drüber. Jeweils ein Stäbchen über die kommenden drei Stäbchen dann drüber. So, und beim letzten Stäbchen kommen wieder zwei Stäbchen rein. Eins und ein zweites. Dann kommen drei Luftmaschen. Umschlag. Und hier häkeln wir wieder im ersten Stäbchen zwei neue Stäbchen. So, dann in die kommenden drei häkeln wir jeweils ein Stäbchen. Und im letzten Stäbchen häkeln wir wieder zwei neue Stäbchen. Und dann wieder drei Luftmaschen. Und wieder zwei Stäbchen im ersten, dann jeweils ein einzelnes Stäbchen bei den kommenden drei. Und im fünften Stäbchen von dem Set wieder zwei neue Stäbchen. Und drei Luftmaschen. So, dann sind wir auch hier am Ende der Reihe angekommen. Und wir beenden hier auch in der dritten Luftmasche unseres Ersatzstäbchens mit einer Kettmasche. Und dann haben wir die Runde vier geschafft. Kommen wir zur Runde fünf. So, Runde fünf wird im Prinzip wie Runde vier gehäkelt. Wir starten mit drei Luftmaschen. Häkeln vorne in das erste Stäbchen gleich insgesamt zwei Stäbchen. Dann bis zum letzten häkeln wir jeweils ein Stäbchen. Über jedes Stäbchen. So, und beim letzten Stäbchen, da häkeln wir wieder zwei Stäbchen rein. Ja, also wir verdoppeln wieder. Was heißt, nee Quatsch, nicht verdoppeln. Wir fügen immer zwei neue Stäbchen im Prinzip hinzu. Ja, also einmal vorne über dem ersten kommen zwei Stäbchen. Dann jeweils ein Stäbchen. Und so weiter. Und zum Schluss auch zwei Stäbchen. Und dazwischen kommen wieder drei Luftmaschen. Und über dem ersten Stäbchen häkeln wir zwei Stäbchen. Dann über jedes weitere Stäbchen ein Stäbchen. Und über dem letzten Stäbchen wieder zwei neue Stäbchen. Also am Anfang und am Ende unsere Sets, ja, immer vorne zwei Stäbchen, hinten zwei Stäbchen, mittig jeweils ein Stäbchen und dann die drei Luftmaschen. Und dann geht ihr zum nächsten Set. Und wieder zwei Stäbchen, einzelne Stäbchen und im letzten auch wieder zwei Stäbchen. So, und am Ende der Runde fünf auch wieder in die dritte Luftmasche unseres Ersatzstäbchens mit einer Kettmasche beenden. Und dann haben wir die Runde fünf geschafft. Kommen wir zur Runde sechs. So, Runde sechs. Auch die beginnt mit drei Luftmaschen, nur dass wir bei Runde sechs keine Zunahmen machen. Dann ein Umschlag und wir gehen dann hier über die zweite Masche, zweite Stäbchen und häkeln da wieder ein Stäbchen. Also keine Zunahmen im ersten und im letzten, sondern nur über jedes Stäbchen, wieder ein neues Stäbchen. Keine Zunahmen bei Runde sechs. Weder machen wir eine Zunahme am Anfang, noch am Ende. Also auch nicht hier, da kommt jetzt auch nur ein Stäbchen rein. So, dann wieder drei Luftmaschen. Und dann häkeln wir wieder über jedes Stäbchen ein Stäbchen. Die ganze Runde rum. So, dann sind wir auch hier am Ende angekommen. Auch hier wieder dritte Luftmasche des Ersatzstäbchens mit Kettmasche beenden. Und dann haben wir die Runde sechs geschafft. Kommen wir zur Runde sieben, acht und neun. So, wir sind jetzt bei Runde sieben. Ich zeige jetzt nicht nochmal die acht und die neun, weil im Prinzip sind die alle gleich, genau wie Runde vier und fünf. Wir beginnen auch hier wieder mit drei Luftmaschen. Und vorne im ersten Stäbchen häkeln wir noch ein zweites Stäbchen hinzu. Wir nehmen jetzt quasi wieder zu die nächsten drei Runden. Hier werden jetzt alles einzelne Stäbchen gehäkelt. Bis zum letzten und im letzten Stäbchen dann wieder zwei Stäbchen in ein Stäbchen häkeln. Also im letzten Stäbchen kommen dann wieder zwei Stäbchen. So, jetzt haben wir nur noch das letzte Stäbchen hier. Da häkeln wir zwei Stäbchen rein. Also wir nehmen wieder zu, also Maschen zu sozusagen. Und das machen wir immer in dem Set hier, dass wir im ersten Stäbchen hier der Vorrunde zwei neue Stäbchen häkeln. Dann kommt in jedes weitere ein einzelnes Stäbchen. Und hinten im letzten Stäbchen der Vorrunde, ja, kommen dann zwei Stäbchen rein, ja. Dazwischen wieder drei Luftmaschen, das bleibt auch gleich. Und nach den drei Luftmaschen einfach wieder rüber zum ersten Stäbchen. Da wieder zwei Stäbchen rein häkeln. Dann wieder jeweils ein Stäbchen in die kommenden Stäbchen, bis wir hinten beim letzten Stäbchen sind hier. Und hier kommen dann wieder zwei Stäbchen rein, ja. Und dann wieder drei Luftmaschen. Und das machen wir bei Reihe 8 und Reihe 9 genauso. Einfach im ersten Stäbchen des Settes, ja, des Settes hier. Im ersten Stäbchen zwei Stäbchen häkeln und im letzten Stäbchen zwei Stäbchen häkeln. Mittig dann alles jeweils ein Stäbchen über ein Stäbchen häkeln. So, dann würde ich sagen, dann häkeln wir erstmal Runde 7, Runde 8 und Runde 9 und dann bin ich wieder da. So, dann haben wir die drei Reihen 7, 8, 9 auch gehäkelt. Und wir beenden natürlich jede Reihe mit einer Kettmasche im Ersatzstäbchen. So, dann kommen wir jetzt zur Reihe 10 oder zur Runde 10. So, wir nehmen die 10. Runde. Dafür switchen wir jetzt mal rüber. Wir sind hier im ersten Stäbchen drin und wir gehen mal in das zweite Stäbchen ohne Umschlag. holen uns den Faden und machen eine Kettmasche. Und wir gehen auch noch ein Stäbchen weiter, also in das dritte. 1, 2, 3. Holen uns den Faden, ups, nochmal. Holen uns den Faden und machen eine Kettmasche. So, wir haben jetzt im Prinzip die ersten beiden Stäbchen freigelassen und fangen jetzt im dritten Stäbchen an mit drei Luftmaschen. Das ist Ersatz für das erste Stäbchen. Und wir häkeln jetzt über jedes Stäbchen ein Stäbchen und lassen die letzten beiden Stäbchen wieder frei. Also, wir gehen jetzt hier, guckt, hier sind wir drinnen im dritten, wir gehen jetzt hier rüber zum vierten Stäbchen, so, und häkeln ein Stäbchen. Und übers nächste Stäbchen ein Stäbchen. So, sind wir hinten angekommen, wir haben jetzt hier noch eins, zwei frei und die lassen wir auch frei. Jetzt macht ihr drei Luftmaschen, Umschlag, und hier häkeln wir drei Stäbchen rein. Drei Stäbchen in den Zwischenraum, eins, zwei und drei. Machen wieder drei Luftmaschen, Umschlag, jetzt lasst ihr wieder hier zwei Stäbchen frei, mit Umschlag über das dritte Stäbchen einstechen und wieder die Stäbchen häkeln. Also, über jedes Stäbchen ein neues Stäbchen, bis wir hinten angekommen sind, die letzten beiden lassen wir wieder frei. So, wir sind wieder hinten angekommen, die letzten beiden lassen wir frei. Jetzt macht ihr drei Luftmaschen, Umschlag, in den Zwischenraum drei Stäbchen. Und wieder drei Luftmaschen, und hier wieder die ersten beiden frei lassen und wieder Stäbchen über Stäbchen, bis wir hinten wieder angekommen sind und die letzten beiden bleiben wieder frei. So, dann haben wir die Runde geschafft, Runde zehn und enden auch hier wieder in der dritten Luftmasche des Ersatzstäbchens mit einer Kettmasche. Und dann haben wir Runde zehn geschafft. Wir kommen zur Runde elf. So, Runde elf. Wir switchen auch hier am Anfang eine Masche rüber. Wir gehen also hier in die zweite Masche, holen uns den Hups, schon wieder rausgerutscht. So, nochmal. Hier sind wir drin, wir gehen in die zweite, Faden holen und Kettmasche häkeln. So, wir fangen also in der zweiten Masche, in dem zweiten Stäbchen an. Wir machen wieder drei Luftmaschen als Ersatz für das erste Stäbchen, Umschlag. Wir gehen dann über das nächste Stäbchen und häkeln wieder ein Stäbchen. Über jedes Stäbchen ein Stäbchen, insgesamt sind das neun Stäbchen in Folge. Also haben wir schon drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht und neun. So, haben wir neun Stäbchen in Folge. Das heißt, bei Reihe elf haben wir hier vorne ein Stäbchen frei, dann neun Stäbchen und hinten ein Stäbchen frei. Dann macht ihr drei Luftmaschen, Umschlag. Und wir häkeln hier in den Zwischenraum zwei Stäbchen, zwei Stäbchen in den ersten Zwischenraum und ein Stäbchen hier über das erste Stäbchen der drei Stäbchen der Vorrunde. So, dann könnt ihr euch das ein bisschen rüberschieben. So, dann macht ihr zwei Luftmaschen, Umschlag und jetzt geht ihr in das dritte Stäbchen der drei. Hier in das dritte Stäbchen, häkelt ein Stäbchen und dann nochmal zwei Stäbchen in den nächsten Zwischenraum. Und dann kommen wieder drei Luftmaschen, Umschlag, ihr lasst jetzt wieder ein Stäbchen frei, im zweiten Stäbchen einstechen, Stäbchen häkeln, neun Stäbchen in Folge. Dann häkeln hier, ein Stäbchen frei lassen und jetzt erstmal wieder neun Stäbchen in Folge. So, dann geht's. So, dann haben wir die Runde elf auch geschafft. Auch wieder hier in die dritte Luftmasche des Ersatzstäbchens mit Kettmasche beenden. Und Runde elf geschafft. Kommen wir zur Runde zwölf. So, meine Lieben, die Runde zwölf. Auch bei Runde zwölf switchen wir vom ersten Stäbchen zum zweiten Stäbchen. Also wir stechen den im zweiten ein und machen hier eine Kettmasche. Und starten mit drei Luftmaschen als Ersatz für das erste Stäbchen. Und dann häkeln wir insgesamt sieben Stäbchen in Folge. Und das letzte Stäbchen bleibt dann wieder frei. Also das ist dann das zweite, dritte, vierte, fünfte, sechste und siebte. So, sieben Stäbchen in Folge. Eins hier hinten, das Stäbchen lassen wir frei. Jetzt macht ihr drei Luftmaschen. Ein Umschlag. Ihr häkelt jetzt hier zwei Stäbchen in den ersten Zwischenraum. Das dritte Stäbchen kommt dann hier über das erste kommende Stäbchen. Dann macht ihr zwei Luftmaschen, ein Umschlag. Und geht hier über das dritte Stäbchen, ja, wir lassen ein Stäbchen oder eine Masche frei, gehen ins nächste, ein Stäbchen häkeln. Dann wieder zwei Luftmaschen, Umschlag. Ihr überspringt diesen Zwischenraum, geht hier rüber zum nächsten Stäbchen, häkelt ein Stäbchen. Zwei Luftmaschen, Umschlag. Und jetzt stecht ihr hier in das dritte Stäbchen hier ein, ja. Also lasst eins wieder frei, geht ins nächste, häkelt ein Stäbchen. Und in den Zwischenraum, der folgt, gleich hier zwei Stäbchen. Und wieder drei Luftmaschen. So, so sieht es aktuell aus. Dann Umschlag, ihr lasst wieder ein Stäbchen frei, geht ins zweite. Und jetzt kommen wieder, ups, kommen wieder die sieben Stäbchen in Folge. Also eins, haben wir schon. Zwei, drei, vier, fünf, sechs und sieben. So, und jetzt kommen wieder drei Luftmaschen. Umschlag. In den ersten Zwischenraum zwei Stäbchen. dann in das kommende Stäbchen, dann macht ihr zwei Luftmaschen. Umschlag. Umschlag. Ihr lasst hier ein Stäbchen frei, geht ins nächste Stäbchen. Stäbchen, zwei Luftmaschen. Zwei Luftmaschen. Umschlag. Ihr überspringt diesen Zwischenraum, geht hier ins nächste Stäbchen. Ups. Stäbchenheke. Dann wieder zwei Luftmaschen. Umschlag. Ihr überspringt wieder ein Stäbchen, geht ins übernächste. Stäbchenheke. Und jetzt kommen in den letzten Zwischenraum hier vor, den nächsten sieben Stäbchen, wieder zwei Stäbchen. Dann nochmal drei Luftmaschen. Luftmaschen. Und dann geht ihr wieder hier rüber, erste aus, überspringen und ins zweite einstechen und sieben Stäbchen in Folge hekeln. So sieht das hier aus. So. Und das machen wir die ganze Runde. Und dann bin ich am Ende der Runde zwölf wieder da. Dann bis gleich. So. Und da haben wir die Runde zwölf auch geschafft. Nochmal drei Luftmaschen zum Schluss. Und wir enden natürlich wie in jeder Runde auch in der dritten Luftmasche unseres Ersatzstäbchens. So. Und da haben wir die Runde zwölf geschafft. So. Und dann kommen wir zur Runde dreizehn. Runde dreizehn. Fünf hängt auch im zweiten Stäbchen an. Das ist im Prinzip wie Runde zwölf. Nur, dass wir jetzt hier fünf Stäbchen in Folge haben. Beginnend auch wieder mit drei Luftmaschen als Ersatzstäbchen. und jetzt noch insgesamt vier Stäbchen, sodass wir wirklich fünf Stäbchen in Folge haben. Und dann wird es genauso gehäkelt wie bei Runde zwölf. Wir beginnen hier mit drei Luftmaschen. Häkeln im ersten, im ersten Zwischenraum zwei Stäbchen. Und das dritte Stäbchen kommt über das erste Stäbchen der Vorrunde hier von den dreien. So, und dann machen wir wieder zwei Luftmaschen, ein Stäbchen. Also einmal aussetzen, ins nächste ein Stäbchen, zwei Luftmaschen, den Zwischenraum überspringen. Hier über dem Stäbchen ein Stäbchen, zwei Luftmaschen. Auch hier wieder über dem Stäbchen ein Stäbchen, zwei Luftmaschen. Und hier auch wieder über das Stäbchen ein Stäbchen, zwei Luftmaschen. Dann hier ein Stäbchen über das Stäbchen. Und zum Schluss nochmal zwei Stäbchen in den Zwischenraum. Also da ändert sich nichts groß, im Prinzip wie Runde zwölf. Zum Schluss drei Luftmaschen. Hier lassen wir wieder ein Stäbchen frei. Zweites Stäbchen einstechen und wieder fünf Stäbchen in Folge. Das machen wir die ganze Runde. So sieht der Zwischenraum aus hier. Und fünf Stäbchen in Folge. Drei Luftmaschen, drei Stäbchen, zwei Luftmaschen, Stäbchen, zwei Luftmaschen, Stäbchen und so weiter. Bis wir hinten dann zum Schluss drei Stäbchen haben. Und hier drei Luftmaschen, ja. Okay, dann machen wir die Runde 13. Und ja, viel Spaß erstmal weiter. So, da haben wir die Runde 13 auch geschafft. Zum Schluss nochmal drei Luftmaschen. Und wir beenden in der dritten Luftmasche unseres Ersatzstäbchens mit einer Kettmasche. So, und da haben wir die Runde 13 geschafft. Kommen wir zur Runde 14. So, die Runde 14. Auch da müssen wir rüber zum zweiten Stäbchen switchen. Einmal mit Kettmasche rüber. So, und da ändert sich auch jetzt weiter nichts, außer dass hier drei Stäbchen gehäkelt werden. Wir lassen wieder das erste und das letzte von den fünf frei von der Vorrunde. Und häkeln hier nur drei Stäbchen. Also, wir beginnen hier wieder mit drei Luftmaschen als Ersatz für das erste Stäbchen. Und häkeln jetzt zwei weitere Stäbchen, sodass wir hier wieder drei Stäbchen haben. Dann kommen wieder drei Luftmaschen. Wir häkeln hier dann in den ersten Zwischenraum wieder zwei Stäbchen. Ein Stäbchen kommt hier über das erste Stäbchen der drei, der Vorrunde. So, dann haben wir hier auch wieder drei Stäbchen. Dann zwei Luftmaschen. Wir lassen ein Stäbchen frei, gehen ins übernächste. Und häkeln da auch ein Stäbchen. Und dann wieder zwei Luftmaschen. Und wieder Stäbchen über Stäbchen. Mit zwei Luftmaschen dazwischen, wie wir es die ganze Zeit schon in diesem Bereich gemacht haben. So, wir sind jetzt hier hinten bei den drei Stäbchen. Da häkeln wir hier ein Stäbchen rein. Dann nochmal zwei Luftmaschen. Und wir häkeln, wir lassen wieder eins frei und gehen hier ins dritte. ein Stäbchen. Und wir häkeln noch zwei Stäbchen in den Zwischenraum. Und dann kommen wieder drei Luftmaschen. Und wir lassen hier das erste Stäbchen frei, häkeln nur diese drei Stäbchen in Folge. Und so sieht die Runde 14 aus. Im Prinzip bleibt das so wie bei Reihe 11, 12, 13. Wir machen hier unsere drei Stäbchen. Jetzt kommen hier bei der Raute jeweils drei Stäbchen drüber. Wir lassen erste und letzte Stäbchen von den fünf frei. Und häkeln dann im Prinzip, wie gehabt, so die ganze Runde. Hier kommen jetzt wieder drei Luftmaschen, Umschlag in diesen Zwischenraum. Zwei Stäbchen. Ein Stäbchen kommt hier über dieses Dreierset ins erste Stäbchen. Dann kommen zwei Luftmaschen und ein Stäbchen in das übernächste, ja. Das auslassen, hier einstechen, Stäbchen. Und dann häkeln wir wieder zwei Stäbchen und hier über jedes Stäbchen ein Stäbchen. So, da haben wir die Runde 14 auch geschafft. Zum Schluss nochmal drei Luftmaschen und im Ersatzstäbchen vom Anfang in die dritte Luftmasche und Kettmasche. So, meine Lieben, da haben wir auch die Runde 14 geschafft. Kommen wir zur Runde 15. So, die Runde 15. Da müssen wir jetzt ein bisschen rüber switchen. Wir gehen jetzt hier über das nächste Stäbchen. Faden holen, Kettmasche. Wir gehen noch über das nächste Stäbchen. Faden holen, Kettmasche. Und wir gehen hier in den Zwischenraum. Faden holen, Kettmasche. Stechen in so eine Luftmasche, damit ihr ein bisschen besser drüben seid. So, und hier fängt im Prinzip jetzt Reihe 15 an, ja. So, okay, wir fangen an mit drei Luftmaschen. Wieder Ersatz für das erste Stäbchen, Umschlag und ein zweites Stäbchen in den selben Zwischenraum. So. Dann machen wir hier wieder unser Stäbchen über das erste, so dass wir hier wieder drei Stäbchen in Folge haben. So, ja. Dann wieder zwei Luftmaschen. Wir setzen hier, überspringen dieses Stäbchen und gehen wieder ins dritte und häkeln ein Stäbchen. Dann machen wir wieder zwei Luftmaschen. und das häkeln wir wie gehabt, also immer ein Stäbchen, zwei Luftmaschen, ein Stäbchen über das Stäbchen, zwei Luftmaschen und Stäbchen über das Stäbchen, zwei Luftmaschen, und wieder Stäbchen über das Stäbchen, zwei Luftmaschen und Stäbchen, zwei Luftmaschen, Stäbchen, zwei Luftmaschen und wir gehen hier über das erste Stäbchen von den dreien, ein Stäbchen drüber hegen, zwei Luftmaschen, wir lassen wieder das hier frei, gehen in das dritte Stäbchen und häkeln hier auch zwei weitere Stäbchen in den Zwischenraum. So sieht es aktuell aus. So, jetzt sind wir hier bei unserer Raute. Wir machen jetzt hier drei Luftmaschen, Umschlag und überspringen diese Raute. Wir gehen gleich hier rüber in den Zwischenraum und häkeln hier wieder unsere zwei Stäbchen. Dann hier bei den dreien wieder in das erste Stäbchen kommt das dritte Stäbchen von diesem Dreierset. Ja, also so sieht es jetzt aktuell aus über der Raute. Und jetzt machen wir wieder zwei Luftmaschen, lassen ein Stäbchen frei, gehen ins dritte Stäbchen hegeln. Und jetzt kommt im Prinzip jetzt wieder hier unsere, was wir die ganze Zeit gehegelt haben, zwei Luftmaschen, Stäbchen, zwei Luftmaschen, Stäbchen und so weiter. So, wieder hier überspringen, ins dritte Stäbchen einstechen. So, wir sind jetzt wieder bei der Raute. Ja, so, dann müssen wir hier in den Zwischenraum hier, vor den drei, also vor der Raute kommen ja hier noch unsere zwei Stäbchen rein, so dass wir hier wieder drei Stäbchen haben, ja. Dann macht ihr drei Luftmaschen und jetzt überspringt ihr die Raute, geht gleich rüber in den Zwischenraum und häkelt da wieder die zwei Stäbchen in den Zwischenraum. und ein Stäbchen hier bei den dreien vorne ins erste Stäbchen. Und dann haben wir hier auch wieder unsere drei Stäbchen in Folge und die Raute haben wir quasi übersprungen. Und das machen wir jetzt so die ganze Runde, dann jetzt kommen wieder zwei Luftmaschen, ein Stäbchen frei ins dritte, einstechen und wieder zwei Luftmaschen und so weiter. So, und zum Schluss wieder drei Luftmaschen. Wir überspringen natürlich auch hier die Raute und enden in der dritten Luftmasche des Ersatzstäbchens vom Anfang mit Kettmasche. So, und da haben wir die Runde 15 geschafft. Also nicht wundern, wenn sie es hier so ein bisschen zusammen durch das Dehnen beziehungsweise spannen, dann geht das wunderbar weg. Ja, okay, kommen wir zur Runde 16. So, Runde 16 und wir starten mit fünf Luftmaschen. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Da ist einmal ein Stäbchen, Ersatzstäbchen mit den drei ersten Luftmaschen und dann unsere zwei Luftmaschen zum Abstand halten. Dann Umschlag. Wir lassen hier wieder das Stäbchen frei. Wir gehen in das dritte und häkeln ein Stäbchen. Das machen wir wieder die ganze, den ganzen Bereich hier, wie gehabt. Also zwei Luftmaschen, Stäbchen über Stäbchen. Zwei Luftmaschen, Stäbchen über Stäbchen. So, hier wieder ins erste der drei, zwei Luftmaschen und wir gehen hier auch wieder eins freilassen, ins dritte. So, jetzt häkeln wir hier in den Zwischenraum über der Rauter, häkeln wir drei Stäbchen. Eins, zwei, drei und noch eins in das kommende Stäbchen hier, ja. Von den dreien der Vorrunde. So, hier noch ein fünftes. Also wir haben jetzt hier im Prinzip fünf Stäbchen in Folge gehegelt. Und das machen wir im Prinzip die ganze Runde. Jetzt kommen wieder zwei Luftmaschen, lassen ein Stäbchen frei, gehen ins dritte hier und häkeln wieder Stäbchen. Und wieder zwei Luftmaschen, Stäbchen. So, jetzt sind wir wieder über der Raute gleich. Noch mal zwei Luftmaschen, hier lassen wir wieder das Stäbchen frei, gehen hier ins dritte. So, wir sind jetzt wieder über der Raute. Dann machen wir in den Zwischenraum drei Stäbchen. Eins, zwei und drei. Und gehen hier gleich über das Stäbchen von den dreien, hier über das erste und häkeln auch ein Stäbchen. Und dann wieder zwei Luftmaschen, eins freilassen und hier wieder Stäbchen. Ja, so sieht das aus. So machen wir das die ganze Runde. Und am Ende bin ich natürlich wieder da. Bis gleich. So, und dann sind wir hier am Ende der Runde 16 auch angekommen. Natürlich auch hier über die Raute nochmal drei Stäbchen. So, und das vierte haben wir ja hier. Wir gehen jetzt hier in die dritte Luftmasche des Ersatzstäbchens. Kettmasche und da haben wir hier auch insgesamt fünf Stäbchen über der Raute. So, dann haben wir die Runde 16 geschafft. Kommen wir zur Runde 17. So, wir beginnen bei Runde 17 mit fünf Luftmaschen. Also wieder eins, zwei, drei für das erste Stäbchen und unsere zwei Luftmaschen. Also fünf Luftmaschen am Anfang. Und wir gehen hier mit Umschlag wieder rüber und jägeln ein Stäbchen. Zwei Luftmaschen, ein Stäbchen. Jetzt ändert sich gleich was. Nochmal zwei Luftmaschen, ein Stäbchen. Und nochmal zwei Luftmaschen und ein Stäbchen. So, jetzt sind wir in der Mitte. Hier in der Mitte. Jetzt machen wir im Prinzip hier wieder zwei Luftmaschen. Ups. Ups, Alter. Zwei Luftmaschen. So, jetzt sind wir hier, seht ihr ja, hier sind wir mittig. Ja. So, jetzt gehen wir hier auch über das Stäbchen. Ein Stäbchen häkeln. Dann haben wir hier die Mitte. Da häkeln wir zwei Stäbchen rein. Und noch ein Stäbchen gleich hier bei dem kommenden Stäbchen. So, dann haben wir jetzt hier vier Stäbchen in Folge. In der Mitte hier, ja. Also zwischen zwei Rauten und hier mittig, ja. Das ist im Prinzip der Anfang vom Bäumchen, ja. So, dann wieder zwei Luftmaschen, Stäbchen. Zwei Luftmaschen, Stäbchen. Zwei Luftmaschen, Stäbchen. Zwei Luftmaschen und Stäbchen. Und jetzt hier, wenn wir bei unserem Fünfer, gehen wir ins erste Stäbchen, häkeln ein Stäbchen. Hier, wir machen zwei Luftmaschen und wir häkeln jetzt drei Stäbchen in Folge. Eins, zwei, drei. Dann kommen zwei Luftmaschen und erst jetzt häkeln wir hier das fünfte Stäbchen, ja. So sieht das aktueller aus hier. Dann wieder zwei Luftmaschen und wieder hier Stäbchen über Stäbchen. zwei Luftmaschen, Stäbchen, zwei Luftmaschen, Stäbchen, zwei Luftmaschen und Stäbchen. So, mal gucken. Nochmal zwei Luftmaschen. Müssen wir da gucken, sind wir mittig, ja. Hier sind wir in der Mitte, das heißt, wir machen jetzt hier wieder ein Stäbchen und in den Zwischenraum auch zwei Stäbchen und ein Stäbchen, was jetzt hier kommt. So, dann sind wir genau in der Mitte, ja. Seht ihr das? Genau mittig. So, und dann wieder zwei Luftmaschen über das nächste Stäbchen. Stäbchen, zwei Luftmaschen, über das nächste Stäbchen, ups, zwei Stäbchen, äh, zwei Luftmaschen, Stäbchen, zwei Luftmaschen, zwei Luftmaschen, Stäbchen, sind jetzt schon bei unseren Fünferstäbchen. Wenn wir das erste Stäbchen, wenn wir das erste gehäkelt haben, das erste Stäbchen von dem Fünferset, kommen zwei Luftmaschen. Dann häkeln wir die kommenden drei Stäbchen hintereinander weg. Eins, zwei, drei. Und machen wieder zwei Luftmaschen und häkeln dann erst das fünfte Stäbchen. Und dann wieder zwei Luftmaschen, Stäbchen und so weiter. Jetzt machen wir die ganze Runde. So sieht's aus. Habt das besser im Überblick. Auch hier könnt ihr es gut sehen. Also hier über der Raute, denkt dran, bei den Fünferstäbchen, erstes Stäbchen häkeln, zwei Luftmaschen, dann drei Stäbchen, zwei Luftmaschen und dann erst das fünfte Stäbchen. Dann wie gewohnt zwei Luftmaschen und zwei Stäbchen und hier mittig, da keine zwei Luftmaschen, sondern zwei Stäbchen häkeln, ja, in diesem Zwischenraum. Ja, okay. Dann häkeln wir Runde 17 und sage bis gleich. So, Runde 17, so am Ende der Runde, vergesst hier nicht die zwei Luftmaschen und dann in der dritten Luftmasche wieder mit Kettmasche die Runde beenden. So, da haben wir die Runde 17 geschafft und dann kommen wir jetzt zur Runde 18. So, die Runde 18, wir beginnen mit fünf Luftmaschen, Umschlag und wir machen hier auch wieder Stäbchen. Im Prinzip ist Runde 18 nicht anders als Runde 17. Dann zwei Luftmaschen, wieder Stäbchen, zwei Luftmaschen, Stäbchen, zwei Luftmaschen und Stäbchen. Zwei Luftmaschen, Stäbchen, wir häkeln hier auch über jedes Stäbchen ein Stäbchen. Und dann wieder zwei Luftmaschen und Stäbchen. So, also wie gewohnt erstmal weiter häkeln. Dann hier auch drei Stäbchen drüber. Also wirklich im Prinzip wie Reihe 17, ja. Da ändert sich im Prinzip nichts. So, wieder zwei Luftmaschen und dann hier Stäbchen über Stäbchen. Das machen wir so, die ganze Runde. Wie gesagt, ändert sich ja nichts im Vergleich zur Runde 17. So sieht es jetzt aktuell aus. Dann machen wir die Runde und dann bin ich wieder da. So, wir sind mit Runde 18 rum. Auch hier nehmen wir die dritte Luftmasche vom Ersatzstäbchen und machen eine Kettenmasche. Und dann haben wir die Runde 18 geschafft. Jetzt kommen wir zur Runde 19. So, die Runde 19, auch die beginnt mit 5 Luftmaschen, Umschlag und wir gehen hier wieder über Stäbchen und häkeln ein neues Stäbchen. Und wieder zwei Luftmaschen, ein Stäbchen, zwei Luftmaschen, ein Stäbchen und nochmal zwei Luftmaschen und ein Stäbchen. So, jetzt sind wir hier in der Mitte des Baumes, ja, unser Bäumchen und jetzt machen wir vor den Stäbchen und hinter den Stäbchen auch jeweils zwei Stäbchen in den Zwischenraum. Also wir erweitern jetzt das Bäumchen, also zwei Stäbchen in den Zwischenraum, dann hier die vier Stäbchenhäkel. So, dann bei dem Zwischenraum danach auch wieder zwei Stäbchen in den Zwischenraum, eins und zwei. Und natürlich hier dann ein Stäbchen über das Stäbchen und jetzt häkeln wir hier ganz normal weiter bis zum nächsten Bäumchen. Also wieder hier zwei Luftmaschen, Stäbchen, zwei Luftmaschen, Stäbchen, zwei Luftmaschen, Stäbchen. Zwei Luftmaschen und jetzt kommen hier die drei Stäbchen hintereinander weg. Also drei Stäbchen in Folge, dann wieder zwei Luftmaschen, Stäbchen, zwei Luftmaschen, Stäbchen, zwei Luftmaschen, zwei Luftmaschen, Stäbchen, zwei Luftmaschen und Stäbchen. Und wir sind wieder bei unserem Bäumchen, das erweitern wir um diese beiden Zwischenräume. Da wird jeweils in den Zwischenraum zwei Stäbchen gehäkelt. Das sind ja zwei Luftmaschen, also zwei Stäbchen in den Zwischenraum vor den vier Stäbchen hier. Also wir häkeln jetzt die vier Stäbchen. So, und jetzt hier dahinter der Zwischenraum, da kommen auch zwei Stäbchen rein. Und dann wieder hier das eine Stäbchen, was folgt. So, jetzt gucken wir mal, wie viel haben wir hier insgesamt in Folge. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Das sind zehn Stäbchen, die wir in Folge häkeln, ja. Und dann wieder zwei Luftmaschen und hier rüber zum Stäbchen und so weiter. Machen wir die ganze Runde und natürlich am Ende der Runde 19 bin ich wieder da. Okay, dann bis gleich. So, da haben wir die Runde 19 auch geschafft. Auch hier gehen wir in die dritte Luftmasche des Ersatzstäbchens und machen eine Kettmasche. So, Runde 19 geschafft. Runde 20 folgt. So, Runde 20 beginnt auch mit fünf Luftmaschen. Im Prinzip ist Runde 20 identisch mit Runde 19. Da endet sich überhaupt nichts. Es wird genauso gehegelt wie die Runde 19. So, wir gehen hier nach den fünf Luftmaschen über das Stäbchen wieder. Zwei Luftmaschen. Dann wieder Stäbchen. Zwei Luftmaschen. Stäbchen. Zwei Luftmaschen. Und Stäbchen. Das erste Stäbchen jetzt von zehn in Folge. Also, wir hegeln hier jetzt über jedes Stäbchen ein neues Stäbchen. Also, zehn Stäbchen in Folge. Das hier ist das zweite dann. Das dritte in Folge. wirklich, das dritte in Folge. So, das zehnte in Folge. So, also wie gesagt, wirklich ganz genauso wie Runde 19. Jetzt wieder unsere Luftmaschenstäbchen, Luftmaschenstäbchen, hier diese drei Stäbchen in Folge und so weiter. Also wie gesagt, Runde 20 ist gleich wie Runde 19. Dann bis gleich, ihr Lieben. So, und da haben wir die Runde 20 auch geschafft. Natürlich auch hier wieder dritte Luftmasche des Ersatzstäbchens mit Kettmasche. So, ihr Lieben, das war der erste Teil. Ich habe mich doch entschieden, ein zweites Video zu machen. Das würde jetzt hier zu lang werden. Ähm, genau. Wir sind mit Runde 20 fertig. Im zweiten Teil dann geht es weiter mit der Runde 21. Okay, ihr Lieben. Dann, ja, bis gleich. Wir sehen uns im zweiten Teil. Dann, ja, bis gleich.